Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Die Wechsel haben gespielt. In 500 Metern jeden Preis bei der an der zweiten Ausgang verlassen. Was ist denn? Nicht noch mit der Welt, wo das passiert. Zentrum oder was? Das muss ich alle zwei Tage machen. In 300 Metern den Preis bei der an der zweiten Ausgang verlassen. Auf NYA-LW fährt weiter vorne. Den Preis bei der an der zweiten Ausgang verlassen. Ich habe das einmal ein bisschen schleifen lassen, weil das geregnet hat. Und dann habe ich Erikshaus, der Motorrad oder so. Jedenfalls, In 500 Metern den Preis bei der an der ersten Ausgang verlassen. Alle zwei Tage jetzt. Bedeckt. In 300 Metern den Preis bei der an der ersten Ausgang verlassen. Auf Grafiken lang zurück, Richtung 34, Richtung Linke zurücknehmen. Den Preis bei der an der ersten Ausgang verlassen. In 500 Metern den Preis bei der an der ersten Ausgang verlassen. in 500 Metern die an der ersten Ausgang verlassen. In 500 Metern den Preis bei der an der ersten Ausgang verlassen. In 500 Metern. In 500 Metern den Preis bei der 1.000 Metern. Die 300 Meter den Kreisverkehr an der dritten Austahn verlassen, auf meinem Setzwegel. Den Kreisverkehr an der dritten Austahn verlassen. Dritte Austahn. Das ist die erste. Gleiches klar. Kies. Kies. Auf der Sphinx fahren. Los zu rechts. In einem Kilometer links abbiegen. Zentrum, Krankenhaus. Von Fenixberg. Die Ampelschaltung haben wir noch ein bisschen intelligent gemacht. Das war ein bisschen mit dem Wagen los. Das funktioniert, muss ich sagen. In einem Kilometer, schalten wir die Fahrt. Der ist weg. Der ist weg. Der ist wieder zu sehen. Der ist wieder zu sehen. Jetzt links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Die Scheiben haben wir auch geputzt. Auf der Sicht, da wurde es aber nicht zu heiß. Abgefühlen konnte während des Service. Wenn wir keinen Platz kriegen, dann wäre es schon ganz gut. Das ist ja auch ein großes Problem hier. Die 600 Meter rechts abbiegen. Das war für 2000 Kilometer. Aber schon am ersten Tag gestern. Ich muss nach zwei, drei Tage jetzt mal sehen. Das ist ja hin mit der Statistik. Allerdings habe ich mir auch ein bisschen bessere Qualitäten nachgekauft. 4 Schläuche für meine Reifen. Sind halt in besserer Qualität. Und dann hoffe ich, dass ich länger halte. Ich habe erstmal geschlecht. Ich bin knapp, halte verbaut. Und ich halte drei Tage vielleicht. In 300 Metern rechts abbiegen. Auch was abbiegen. Noch ein volles Gate. Was ist da? Ich bin auf dem ersten Weg morgen für die Ausrede. Jetzt rechts abbiegen. Das ist anders als beim. Jetzt rechts rechts. Jetzt rechts. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Ich guck mal was. Erstmal und dann hier rechts. ganz los. Die Routen gleich los. Das geht jetzt nicht ins Abbiegen. In den Abbie kommst du hier nie hin, wenn du es nicht kennst. D-Ding ist frei. Ich bin auch noch D-Ding. Ah, das ist bei Lauder hier. Oh, das ist bei Lauder hier. Nur da. 100 Meter rechts. 40 Meter rechts abbiegen. In 200 Metern links abbiegen auf Schnaugertal, dann haben sie ihr Zwischenziel erreicht. Hier ist wohl Frankplatz. Kirchen. In Köping. Da gehts. Jetzt nix abbiegen. Das ist schon klar. So, jetzt bitte. Sie haben ihr Zwischenziel erreicht. Und dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Und dann gehen wir bis hier. Das Windwagen. Jetzt nix abbiegen. Wenn möglich. Bitte jetzt wenden. Ach das nur für Fahrräder. Alles klar. Gut, dann machen wir erst mal. Schnitt. So, und weiter gehts. Gute Fahrräder. Jetzt rechts abbiegen. In 300 Metern an der großen Kreuz um Linz abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ja, zumindest derjenige, der sich da mit den Ampeln ausgedacht hat. Der ist sehr intelligent. Jedenfalls ist seine Schaltung, die er entworfen hat. Gute, ich schalte sie jetzt nicht um, weil da keine Leute laufen. In 800 Metern links fahren. Dann den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Nachdenken. Da sieht alles ordentlich aus. Das hier ist noch irgendein Keeper. Aber vielleicht war da, wenn er eingebaut ist, An sich fehlt der Rost. Dann fehlt eine Asia-Bussebar. Und ein frischisches Restaurant. Briechische Restaurants hier in Schweden kaum zu kennen bisher. Hellas oder die Allerheisen. Die 300 Unternehmensfahrten auf Industriekartan weiter folgen. Dann diesen Preis wird wir an der 2. Ostbahn verlassen. Jetzt links haben. In Kreisverkehr die 2. Ausfahrt nehmen. Das kommt raus. 2. Ausfahrt. Ja, Lindköping fällt mir. 900 Meter langweilig ist abhängig. Auf der nach oben im offenen Verkommenheitsskala, die in der Regel bis 10 geht, da gebe ich Lindköping 4. Das Bisschen besser habe ich gegeben, das war eine 3. Also in 30 Sekunden. Da hätte es 4. Hamburg hat 98. Und Malmö. Ja, ich glaube auch. Äh, was war das? 98. Malmö, 98. Hamburg aber noch schlechte. Ja. Wie nach unten offene Verkommenheitsskala. In 300 Metern halbrechtsabend. Auf Industriekartan weiter folgen. Ja, ziemlich warm. Ja. 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 Ich bin. Und auch bei der Norddeck. Da ist der Haarkant mit seinem Links da. Ja, und das ist der. Aber da kann man sich ja nicht mehr so viel nähern. Jetzt noch mal eine arabische Aufschlöpfung. Okay, dann geben wir eine 5. zum Beispiel, ob der nach oben kommt. In der Komplex-Skala. Keine 4. Aber ja, biegen. Ja. Weil wer weiß, was da alles noch verkauft wird. Das kann ich ja nicht lesen. Im Teil, wenn ich das nicht lesen kann, dann gibt es sowieso ein Minus. Ja. Ich kann aber Arabisch sprechen. Ich kann ja dann die Leute da von dem Grill auf jeden Fall Zahlen und Verleihkungen sagen. Ja, Zahlen und Verleihkungen. Ja. 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 Das können wir mal wieder sehen, man soll den Tag nicht vor allem abholen. Ansonsten wär das da in schwedischen Länder angeschrieben, ne. Hätte ich ja groß nichtиюstanden. Dann können sich an der Bewertung nichts ändern. In 300 Metern den Kreisbandwehr an der 2. Ausfahrt verlassen, aufwärtsfähigen Weiterfahrten. Ja, den Kreisbandwehr an der 2. Ausfahrt verlassen. Werkt geradeaus. Das ist der Outlander. Nichts zu fisch. Vor uns mit Outlander. Übrigens, manche Autos auch mit der Outlander. Der hat so eine schutzige Scheibe. Der fährt dann aufgrund von der Wege. 300 Metern den Kreisbandwehr an der 2. Ausfahrt verlassen. Aufwärtsfähigen Weiterfahrten. Und in beiden Gruppen nehmen es auch ganz viele solche Aufwärts. Mit schmutziger Heckscheid. Den Kreisbandwehr an der 2. Ausfahrt verlassen. 2. Ausfahrt. Ah, das wird ja hier feste Ausfahrt verlassen. 1. und 2. Ausfahrt verlassen. 2. Ausfahrt verlassen. 2. Ausfahrt verlassen. 2. Ausfahrt verlassen. den Preis wird wir an der ersten Ausfahrt verlassen 5,8 Kilometer der Straße 5,7 Kilometer, Lindkölbäger, Kassbach, 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 Kassbach und Kassbach, Kassbach, Kassbach